Projekt hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch nochmal einen riesengroßen Dank an Yami, dass ich mit dabei sein durfte, dass ich mitmachen durfte. Es hat wirklich tierisch Spaß gemacht. Yo, was geht ab, YouTube-Blackjack? Wieder mit einem neuen Helden-Video am Start. Freunde, es ist bald soweit. Es wird immer, immer schlimmer. Es... ja, wir kommen immer weiter zum Ende. Oh, IT war tatsächlich sogar da. Ich weiß auch nicht genau, warum ich eigentlich jetzt hier an der... Koppelmin... das Video beendet habe. Keine Ahnung. Ja, mal gucken. Wo ist IT? Oh Mann, wo ist denn IT jetzt hin? Ist ja wieder... ah, IT ist wieder da. So, wo ist der? IT, wo bist du? Und höp? Ah, ich bin hier. Wo ist hier? Ich seh dich nicht. Hier unten. Ach, da. Mann. Bletschek, du Dipp, ey, komm her. Was geht, IT? Was geht? Außerdem wir uns vertragen haben mit unseren Schamanskins, guck dir das an. Wir werden OP sein. Ja, mal gucken. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Du weißt, hier gibt es verdammt starke Leute. Ah, ich weiß, aber es ist, glaube ich, auch jemand auf dem Server, der jetzt sonderlich stark ist, oder? Ja, komm, ey. Ja, ist Jus stark. Oh, stimmt's, Jus stark? Das ist sogar einer meiner Favorites hier im Projekt. Ich sag' ich dir ganz ehrlich. Aber Bletschek? Ja. Oh, was wollen wir hier machen? Äh, eigentlich nix. Ich wollte mich noch mal ein bisschen umgucken. Mal schauen, was ich von hier noch abkassieren kann. Und, ja. Ja, vielleicht gibt es noch irgendwelche Sachen, die hier rumliegen. Weiß, die haben garantiert nicht alles mitgenommen. Nee, safe nicht, aber wir gucken mal. Ja, let's go. Oh, hab, Bletschek, guck mal, hier sind noch Cockwebs und so dahinten. Können wir, Franz? Sieben, wir gut gebrauchen. Stimmt. Ein paar habe ich noch dabei, aber, ja, nicht viele. Nicht viele? Ja. Okay. Guck mal, die Spinnenweben, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen, die sind wichtig. Ja, das sind wertvoll, Junge. Vor allem kannst du eine Gegner nach hinten auch trappen. So wie hier. Guck dir das an. Ey. Ich bist so getrappt, Junge. Gut. Äh, Eiti. Ich komme später noch mal zu dir auf die Mittelinsel vorbei, okay? Ja, okay. Ich mache mich dann erst mal aus dem Staub. Jo. Und du mal hier noch den Stuff, der hier rumliegt, okay? Ja, ich gehe mal runter in die Geheimbase. Guck da mal. Ja, auf jeden Fall. Dann muss es gut, Bletschek, mein Freund. Tschüss. Oh, der war immer richtig cool. So. Mal gucken. Ja, erst mal Müll abladen. Hey, hier müsste doch eigentlich irgendwo noch eine Geheimkiste sein. Geh mal in die Koppelminen. Hey, die guten alten Koppelminen. Blackjack, mein Freund. Max, was machst du denn hier? So. Dachtest du gestern, du kannst von mir abhauen, hä? Irgendwie schon, ja. Ey, Blackjack, ich sage es dir jetzt einmal. Wenn du anfängst, hier irgendwelche Faxen zu machen, IT zu schreiben oder sonst was. Bro, bleib nicht stehen. Bleib nicht stehen. Bleib nicht stehen. Bleib nicht stehen. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich merke das, wenn du irgendjemandem was schreibst. Ich merke das, wenn du irgendjemandem was schreibst. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich lauf. Ja, lauf besser, lauf besser, lauf besser. Was war das gestern? Hä? Ja, ich habe mal gedacht, das ist eine gute Idee und ich komme vielleicht weg. Ah, dachtest du, du kannst dich hier mit IT jetzt versöhnen und ihr macht jetzt hier zu zweit wieder eure Schamanen-Bummi-Clan hier oder was? Ja, weißt du, immer zurück zu den Anfängen. Bro, Blackjack, das Ding ist, ich weiß, gestern hast du nicht mehr viel gespielt. Ich weiß, du hast dich gerade eben online eingeloggt. Bro, ich weiß, du hast keine Goldäpfel, du hast keine Enderperlen, du hast kein Setup. Ja, ein bisschen was habe ich, aber leider halt nicht viel, ne? Ja, vielleicht hat dir IT, okay, IT hat dir was gegeben, okay, das ist ja interessant. Tatsächlich, ja. Ah, dachte ich mir doch, dachte ich mir doch. Du, eigentlich, eigentlich, Blackjack, hätte ich das gestern schon wenden sollen mit dir, aber... Ja, aber Max, das muss doch nicht sein. Na, bro, bro, du bist gestern, das Ding ist, vielleicht verstehst du nicht warum, aber ich brauche deinen Kill, ich brauche dein Herz. Warum? Und eigentlich, wenn du ehrlich bist, wärst du gestern schon dran gewesen. Ja. Ich bin eigentlich, ich bin selbst schuld, ich bin selbst, sag ich ehrlich, ich bin selbst doof, dass ich dir überhaupt nochmal vertraut hab, nachdem, dass du mich so hintergangen hast. Eigentlich hätte IT dran sein sollen. Nicht, dass du Paulberger Ritter so hintergangen hast. Okay, pass auf, ich werde dieses Mal nicht abhauen, aber... Bro, kannst du auch nicht. Gib mir eine Chance, dass ich mich wenigstens noch von SU und so verabschieden kann. Warum willst du dich von SU verabschieden? Weil wir Freunde sind. Ja, bro, das Problem ist halt, ich vertraue dir nicht mehr. Wenn du mit SU reden willst, dann musst du eine Gruppe machen, eine Voice-Chat-Gruppe, aber hier rauskommen tust du nicht mehr. Hier rauskommen tust du nicht mehr, bro. Ja, okay, warte, ich schreibe ihn. Dann mach jetzt, mach jetzt, letzte Worte, kannst du jetzt mit SU machen, aber... Soll ich ihn privat schreiben oder willst du es im öffentlichen Chat sehen? Bro, mach öffentlicher Chat, damit ich weiß, dass du hier nicht IT rufst. Mach keine Faxen jetzt hier, Blackjack. Mach ich nicht. Mach keine Faxen jetzt hier. SU, kannst du Gruppen-Chat? Okay, mach auf, mach eine Gruppe auf. Mach eine Gruppe auf. Ah, Kampf ist vorbei, wollen ja nicht, dass er abhaut, Leute. Oh, er ist in der Gruppe drin. So, Blackjack. Ja, jetzt müssen wir noch auf den Zug warten. Jetzt kommt, ja, dein SU jetzt kommt, ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht gewinnst du ja den Fight auch, jetzt hast du ja wieder Goldäpfel, aber ich sag so, nur einer von uns wird hier lebend die Kobbelminen verlassen. Nur einer von uns. Max, ich will dir gar kein Herz ziehen. Warum nicht? Ja, weil du hast uns bei den Paul Bergern... Als du mit den Anti-Helden, sorry, ich muss dich abends zu schlagen, als du mit den Anti-Helden mich in eine Falle gelockt hast, da wolltest du mir ein Herz ziehen. Nee, wollte ich eigentlich auch nicht, weil das alles gar nicht so geplant war. Ja, mir hat er immer gesagt, wir gehen auf die Starken, die, wo drei Herzen haben. Ich weiß nicht, warum du da dabei warst. Ja, ich hatte nur noch zwei Herzen gehabt. Ja, und jetzt hast du nur noch eins und ich hab eigentlich gar keine Lust, dass überhaupt einer von uns hier rausgeht. So, Blackjack. Ja, du willst jetzt hier nochmal mit SU reden? Ja, ich hoffe, der kommt jetzt mal. Bro, weißt du was? Ich mach korrekt. Du kannst mit SU reden. Ich werd jetzt hier aus der Gruppe rausgehen, rede mit ihm, aber danach kämpfen wir. Danach war's das mit reden. Ja, okay. Ich geb dir zwei Minuten. Okay. Ich geb dir zwei Minuten. Danke. Hey, SU. Ja? Ja, du hast ja das Buch gestern bekommen, ne? Ja. Warum hörst du dich so traurig an? Ja, ich will mich verabschieden. Boah, was heißt verabschieden? Was ist denn jetzt gerade los? Du bist doch jetzt nicht kurz davor, down zu gehen. Blackjack, was soll das? Ich spüre einfach... Wo bist du? Sag, wo du bist. Ich bin... Es ist egal, wo ich bin, SU. Ich spüre einfach, dass der Zeitpunkt gekommen ist. Nein, Blackjack. Der Zeitpunkt ist nicht gekommen. Doch, und es ist... Leider ist es unvermeidlich. Warum sagst du das? Ja, SU, es geht einfach nicht anders da. Tu mir nur einen Gefallen, streng dich an, gewinn das Ding und mach die Ampelkrieger einfach nur platt. Werd mein Bestes geben. Aber ich such dich jetzt. Ich such dich jetzt einfach. Ich komm jetzt. Bis später. Ich komm jetzt. SU... Gut, das Gespräch ist beendet. Ja. Aber wir sollten aufpassen. SU meint, er sucht mich. Weil ich ihm nicht gesagt hab... Wie, such dich? Ja, er wollte wissen, wo ich bin. Ich hab ihm aber nicht gesagt, wo ich bin. Ich hab gesagt, es ist egal. Okay, okay. Das Ding ist, eigentlich glaub ich dir nicht mehr nach der Aktion gestern, aber das Ding ist, ich bin ja auch gut mit SU. Der wird mich jetzt hier nicht hintergehen. Nee. Glaub mir. Wie viele Goldäpfel hast du? Zehn. Zehn. Okay. Ich weiß, sollen wir... Ich weiß nicht, sollen wir Pair machen? Ich auch zehn Goldäpfel. Ich weiß es nicht. Eigentlich... Warum sollte ich das machen? Soll ich einen fairen Fight machen? Wie wär's mit überhaupt kein Fight? Wie überhaupt kein Fight? Es muss doch nicht sein. Blackjack. Du hast mich hintergangen. Ich hab ein Herz verloren. Und ich hab mir geschworen, mich bei jedem von euch zu rächen. Ich hab mich aber auch entschuldigt. Ich warst bei einem Paulberger Ritter. Ja. Ich sag, Bro, ich sag dir ehrlich, du hast dich entschuldigt. Ich nehm deine Entschuldigung auch an. Für mich ist auch an sich alles gut. Ich mag dich privat. Aber, Bro, das hier ein PvP-Projekt. Du hast mir ein Herz gezogen. Du warst dabei. Und deswegen werde ich dir jetzt hier auch eins ziehen. Ja, du weißt aber, dass das mein letztes ist, ne? Ja, Bro, es ist auch mein letztes jetzt. Ja, und das ist allein ein Grund, warum ich das Ganze überhaupt nicht machen möchte. Weil, egal wie das Ding ausgeht, ich möchte nicht daran schuld sein. Auch wenn ich nicht dran glaub, dass ich dir ein Herz ziehe. Und du dann raus bist. Dann ist das so. Dann ist das so. Dann haust du mich raus. Aber, Blackjack, es ist das Unvermeidliche. Doch, es ist vermeidlich. Nein, 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 nein. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Blackjack. Das war's. Komm her. Niemals. Ey, der will schon wieder abhauen. Oh, verdammt, hat aber nicht geklappt. Ab gefällt, ab gefällt, ab gefällt, ab gefällt. Sehr gut. Sehr gute Blocks, sehr gute Blocks. Oh, Schild gebrochen. Oh Gott, selbst getrapped. Perfekt. Double hit, double hit, wichtig. Oh Mann ey. Ich hasse es zu kämpfen. Gute Grits, gute Grits. Gute Grits. Ah, nice try. Nice try. Nice try. Na komm. Jetzt werd ich auch noch von... Boah, das war ein nicer Shot. Nice try. Nice try. Nice try. Nice try. Wo ist er? Oh nein! Oh, Freunde, Max ist echt stark und ich bin echt lausig im PvP. Ich brauch nen Goldapfel. Hey! Komm schon! Jetzt bin ich auch noch vergiftet. Wo ist Max, wo ist Max, wo ist er? Hey, es gibt es. Freunde, einer von uns wird heute... Oh nein! Oh nein! Boah, guter Schuss, guter Schuss. Komm schon. Ich werde mich nicht verstecken. Wo bist du denn? Na, wo bist du? Freunde, er hat mich entdeckt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oh, nein. Freunde, ich muss mich kurz aufheilen. Oh, nein. Oh. Komm schon. Oh nein, mein Schild ist gleich hier. Ich hab gleich... Hey Mist. Ich hab gleich... Ah, das gibt's nicht. Ey, dieses Brennen, das ist so nervig. Blackjack, 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 blackjack. Es ist schade, dass es so enden musste mit uns. Also ich muss ehrlich sagen, du hältst gut durch, ey. Bro, kann ich nur so zurückgeben? Das Schlimme ist, ich hab dich jemals Freund gesehen. Nicht nur du. Einer meiner ältesten Verbündeten. Tatsächlich mit einer der Ersten im Clan. Na, wie viel Goldöffel hast du noch? Das war tatsächlich der Letzte. Ah! Oh nein, wo ist einer? Ach, da oben. Oh mein Gott. Noch mal einen schönen Hit reingedrückt. Nein. Oh mein Gott, so ne Kretz, so ne Kretz. Nein, Max. Komm schon. Nein. Nein. Ja, Freunde. Ich würde mal sagen, das war's dann an der Stelle. Mit dem Projekt. Ich bin irgendwo froh, dass ich gegen Max auf jeden Fall rausgeflogen bin. Es ist okay. Ja, aber ich würde mal sagen, das war das letzte aktive Video vom Minecraft-Helden-Server. Ja, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Projekt hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch nochmal einen riesengroßen Dank an Yami, dass ich mit dabei sein durfte, dass ich mitmachen durfte. Es hat wirklich tierisch Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ich darf beim nächsten Minecraft-Helden-Part, falls es sowas geben wird, wieder mitmachen. Ich werde bis dahin auf jeden Fall viel, viel mehr im PvP üben. Aber, Freunde, ja, ich bin ausgeschieden. Ich bin der Erste, der aus dem Projekt raus ist. Naja, Freunde, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.